Dass er das nicht einfach so hinnehmen würde, war zu erwarten. Dass er schon wieder einen Nazi-Vergleich wählen würde, nicht so richtig. Doch während einer Kundgebung in Istanbul machte sich der türkische Staatspräsident Luft. Sie wissen nichts von Politik und internationaler Diplomatie. Diese Nazi-Überbleibsel, sie sind Faschisten. Die Entwicklung, eine schwere Eskalation im Verhältnis zweier NATO-Mitglieder. Der Bürgermeister von Rotterdam hatte den für heute Abend geplanten Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşulu zunächst eingeschränkt. Als der im türkischen Fernsehen daraufhin mit politischen und wirtschaftlichen Sanktionen droht, entzieht ihm die Regierung in Den Haag die Landeerlaubnis und macht damit klar, wir lassen uns nicht erpressen. Und Staatspräsident Erdogan? Der drohte heute prompt mit Vergeltung. Dann lasst uns mal sehen, wie eure Flugzeuge in Zukunft in die Türkei kommen. Gemeint seien Diplomaten, nicht Zivilisten. Am Nachmittag äußerte sich dann auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zu den türkischen Drohungen und Nazi-Vergleichen. Das ist verrückt. Ich verstehe, dass sie wütend sind, aber das geht zu weit. Erdogans Nazi-Vergleich kürzlich gegen Deutschland hatte auch die Bundesregierung als inakzeptabel verurteilt. Diesen hatte er gegen Deutschland gerichtet, weil einige Kommunen Auftritte türkischer Minister abgesagt hatten. Vom generellen recht türkische Wahlkampfveranstaltungen abzusagen, aber macht Deutschland bislang keinen Gebrauch. Erst gestern trat der türkische Sportminister in Köln auf. Für Deutschland und die Niederlande werden die Beziehungen zu Ankara jetzt mehr und mehr zum diplomatischen Kraftakt.